Sicken Warum kotzen die Katzen? Was? Warum kotzen die Katzen? Glitzekleine Katzen kotzen klitzekleine Kotze Glitzekleine Kotze kotzen klitzekleine Katzen Aber warum? Keine Ahnung, steht so da Grillen 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 Warntvas? Das ist genauso wie In-In-In-In-Natheit, wie ein In-In-In-Natat Was? Nochmal Inner Tat ist ein Inner Tat, die ein Inner Tat. Okay, verstehe ich nicht. Spannend, spinnende, spanische Spanner, verspannend, spannende, spanische Spanner. Normal, normal. Spannend. Spinnende, spanische Spanner, verspannend, spannende, spanische Spinner. Ah ja, sehr gut. Bietet Brunnhilde, berauschende Brüste, puhlt Bodo, Brünsdicke beim Balle. Zwischen zwei spitzen Steinen saßen, zwei zischelnde Zischelschlangen und zischten. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach drum, denk dank dem dick... Flachwitze sind schon leer. Komm, wir machen jetzt... Ach, das war ein Lepra-Kranke. Wir machen Mami-Mami-Witze, das sind die geilsten. Mami-Mami, ich bin jetzt 15, wann darf ich mir Tangas und Bärs kaufen? Sei ruhig, Dieter. Das war mir klar. Mami-Mami, was ist ein Orgasmus? Keine Ahnung, geht an Vater fragen. Mami-Mami, da ist... Was, da ist eine Frau-Aquarium und schwimmt mit dem... Hai... Was? Mit den Haien. Mami? Oh Gott. Oh! Mami-Mami, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln? Nein, der bleibt so hängen, bis die Polizei kommt. Jetzt find ich's geil. Mami, Mami, Opa ist die Treppe heruntergefallen. Ist ja gut, jetzt binde ihm wieder die Schnursenkel wieder auseinander. Mami, Mami, mein Kopf tut weh. Hat die Klappe und geh weg von der Dartscheibe. Mami, Mami, ich hab heute wieder mit Opa gespielt. Aber Kind, du sollst doch nicht so tief im Sandkasten buddeln. Ahaha, das ist nicht geil. Oh Gott. Mami, Mami, wie lange muss ich noch unter dem Küchentisch stehen? Bis nächste Woche der... Bis nächste Woche, wenn der Schreiner das Tischband fertig hat. Nooooo! Mami, Mami, ich möchte mal wieder einmal Murmeln spielen. Kannst du das Mami, Mami weglesen? Nein. Ich möchte wieder einmal Murmeln spielen. Komm nicht in Frage. Opas Glas, Augen bleiben im Schrank. Mami, Mami, alle sagen, dass ich so große Zähne habe. Aber Kind, das stimmt nicht. Mach schnell den Mund wieder zu, sonst verkratzt du den Boden. Mami, Mami, ich will nicht mehr im Kreis laufen. Sei still oder ich nagel dir den anderen Fuß auch noch fest. Nooooo! Das Witze finde ich echt geil. Mami, Mami, Papa hat sich in der Garage engt. Was? April, April, engt im Keller. Mami, 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 mir ist zu schwindelig. Stell dich nicht so an, das ist doch der erste Vorwaschgang. Oh Gott. Erzähl, wenn wir zu machen, wenn wir zu kommen. Pfff. 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 hier werde ich gerade vom server geflogen jetzt hoffen wir mal dass es nicht allzu langweilig das hat eine halbe stunde gedauert ja ich mach mal wieder so wie letztes mal eine kleine pause bis beide wieder da ist und ja wir sehen uns gleich wieder so es geht weiter lina wird linas wäre gut wenn du dauer sind mit wenn noch weg machen würde ich habe ein bisschen weiter gestript meint wenn ich eigentlich das haus fertig ist teilweise ja und ihr habt keine telekom da ist nicht bei telekom die besten blöcke der welt zum einsatz julie schick dir ein bild nein nur die frage von wem dann kann ich von flo nein kein bild sondern ein bild von flo warum schickst du mir ein bild von flo ne kifftes bild er hat da zwar saurote augen aber sag doch ne kifftes bild würde mein internet funktionieren könnte das auch klappen eventuell weil ich näher in mein mikro angegangen bin man hört's hallo ich hatte mich laut eingestellt weil ich normalerweise so weit weg von meinem mikro ja genau ich hatte mich wirklich schickt ich muss mir das jetzt angucken ja aber schreie nicht zu laut mindestens drei hafte nicht für augenkrebs aber das habe ich dir bei bilder von mir schon gesagt es rauscht ach der ich habe mir auf der gamescom gesehen aber ich wusste nicht mehr welche von denen zwei ja da war einer mit brille die hießen ja beide florian eine ohne die hießen beide florian ja war das ein freund von dir oder war das ein freund von florian von mir brian wupp wupp spielt mb2 ja wirklich weil die wasche weil linus hat jetzt auch mb2 ach stund da war ja was also ich hab gleich mit linus auf dem anderen test ja wahrscheinlich mit wupp wupp dann zusammen weil die sind ja unten irgendwo also wupp wupp ist unten und es hat sein mieter quasi gedingst gemütet ja die waren doch vorhin in einem channel ups ich hab den channel gemoved lina hast toll gemacht lina danke wo hast du denn hin gemoved am arsch der welt gut gemacht ja vorhin war wupp wupp noch da unten und hat dann halt ja vorhin aber ja der ist ja hoch ja vorhin ach da unten ist ja linus ja ja klar upsie hab ich gar nicht gesehen hätt er schon bei wupp im channel ja hab ich das gerade eben erst gesehen mein gott stups jetzt ja messern stups stups gleich kommt er rein nein doch der war gerade eben schon da echt jetzt warum stupse ich alle leute euch immer mit stups an stups verstehe das nicht stupse ich euch auch immer mit stups an oder mach ich das nur bei anderen mich nicht mich stupst du gar nicht an haha ohja und deshalb wollte er ja den channel forever alone haha i got that ich hab vergessen wie der text geht ne it's my birthday it's my birthday ah ah ich sag nur die mit dem roten halsband oh Junge halt die fresse halt die fresse ohne witz ich boxe sie so das das liegt aus dem live wenn ich bei hier bin die mit dem roten halsband oh das war so geil vor allem wir hatten die 8,5 minuten version ja oh Gott das lied ist so geil das lied ist so geil das lied ist so geil das lied ist so scheiße das lied ist so scheiße das lied ist so scheiße nein ich bin geil ok warte hab ich nie erwähnt also ich hab nix gehört also ich hab nix gehört was redest du? weil ich dann so welche sagen so ja von dem und dem und dann sag ich so oh das würd ich glaub ich auch bringen das würd ich glaub ich auch bringen mein deutschlehrer hat mich halt als dumm beleidigt weil wir mussten so ne komische aufgabe machen und er hat es dann halt davor so erklärt und so und dann meint der so ja die ecke da hinten die versteht das ja alle die versteht ja nie was und dann ähm läuft der so an uns vorbeiguckt so ob wir arbeiten und so